Ja, hallo, liebe Freunde, der gepflegten Podcast-Unterhaltung. Heute ein weiteres Mal bei uns im Podcast zu Gast, Mindwalking-Begründer Rolf-Ulrich Kramer. Und wir sprechen über das höchst spannende Thema transpersonale Psychologie, Schreckstrich transpersonale Phänomene. Das sind Begriffe, mit denen auch ich nichts anfangen konnte, bis sich die Bücher von Rolf-Ulrich Kramer, und ich spreche da speziell von den Büchern, die Atlantis-Protokolle und als alles begann, in die Finger bekommen habe. Und am besten fangen wir auch damit an, zu erklären, was diese beiden Begriffe denn eigentlich bedeuten. Am besten erklärt man, was Personal ist, denn transpersonal ist alles andere. Personal bedeutet alles, was sich zwischen Geburt und dem Moment der therapeutischen Sitzung ereignet hat. Also die ganze Lebensspanne, das ist die personelle Psychologie, die persönlichkeitsorientierte Psychologie. Und Persönlichkeit wird halt gefasst als etwas, was sich entwickelt von der Wiege bis zur Ware. Und vorher gibt es nichts und danach gibt es nichts. Und die transpersonale Psychologie, die zieht halt den Bogen weiter, sowohl in die Vergangenheit wie auch in die Quere, nämlich dass man unter Einflüssen telepathischer Natur steht, die einen in der Gegenwart, also sozusagen in der Horizontalen beeinflussen. Und in der Vertikalen, wenn du so willst, also in die Tiefe der Vergangenheit, das wären dann vergangene Leben. Und das können, wie wir ja bei Mindwalking herausgefunden haben, eigene vergangene Leben sein oder angehängtes Material, was man sich von anderen Menschen heruntergeladen hat. Ja, es sind vergangene Leben, ja, aber es sind nicht unbedingt die eigenen. Und die Geschichte mit der Gegenwart, das sind Vernetzungen mit aktiven Wesen, die jetzt irgendwo herumgeistern und was von einem wollen. Wenn wir jetzt dieses Gespräch hier rein telepathisch führen würden, dann wäre das ein transpersonales Gespräch. Spielt denn die transpersonale Psychologie in der Schulpsychologie, bei einem Psychologen, der jetzt eine andere Art der Psychologie betreibt, spielt das eine Rolle, vielleicht in der Ausbildung sogar, kriegt man davon was mit oder ist das so ein Bereich, der fernab dessen ist, was man so als Standardpsychologe, sag ich jetzt mal, keine Ahnung, wie ich es anders benennen soll, mitbekommt, mit auf den Weg bekommt? Dazu kann ich sagen, dass ich befreundet bin mit einer jungen Dame, die gerade ihren Master in Psychologie gemacht hat und jetzt in einer Klinik ein Praktikum macht und eine professionelle Psychotherapeutin werden wird. Und von der weiß ich, dass jetzt in dieser Gegenwart von diesen Dingen keine Rede ist. Das gilt nicht. Man darf nicht vergessen, Psychologie versucht ja seit 50 Jahren sehr naturwissenschaftlich zu wirken und in Naturwissenschaft, da ist die höchste Wissenschaft die Physik und in der Physik wird die Kultur des Experiments gepflegt, sodass man Hypothesen aufstellt, Experimente macht, Theorien widerlegen, verwerfen diese ganzen Sachen. Dazu muss man Messungen machen, man muss Statistiken zusammentragen. Und seit sich die Psychologie mit dem Gehirn beschäftigen kann, bedingt durch die Fortschritte in der Neurologie, kann man also sozusagen die Seele oder die Psyche messen. Und deswegen rückt das Gehirn total in den Vordergrund. Da liegt eine scheinbare Beweisbarkeit, über die freut sich dann der naturwissenschaftlich orientierte Psychologe. Und wenn man da Karriere machen will, und das darf man nicht vergessen, in der Wissenschaft muss man ja sich hocharbeiten, man muss sein Diplom machen, man muss doktorieren. Wenn man habilitieren will, kriegt man noch lang keinen Professorenstuhl. Und das alles bedeutet, dass man sich im Rahmen des bestehenden Systems einen Namen machen muss. Und wer da andere Gedanken hat, der kommt im bestehenden System nicht weiter. Und deswegen bin ich nicht im bestehenden System. Also es gäbe kein Mindwalking, wenn ich mich dieser, nennen wir es mal akademischen Disziplin unterworfen hätte. Es ist schon so, dass die Schulpsychologie hierzulande und vielleicht auch anderswo das menschliche Potenzial ein bisschen unterschätzt, oder? Das menschliche Gehirn, das menschliche Potenzial, weiß nicht, wie es ausdrücken soll. Ja, das ist richtig. Nee, sag nicht Potenzial, sondern sag Gehirn. Denn Potenzial ist, was wir verwirklichen können als Wesen, die wir sind. Und Gehirn ist halt das Organ, was uns zu dieser Verwirklichung zur Verfügung steht. Wenn du ein geschädigtes Gehirn hast, dann ist mit deinem ganzen Potenzial nicht mehr viel zu machen. Aber wenn du dein Potenzial kennst und hast außerdem einen gut funktionierenden Körper, dann kannst du enorm viel machen. Das ist natürlich klar. Das höchste der Gefühle, würde ich mal sagen, in der gängigen Psychologie ist die Erkenntnis, dass es transgenerationale Phänomene gibt. Dass also die Enkel von Erlebnissen des Großvaters sprechen, dass sich da so zum Beispiel Geschehnisse, die sich auf der Flucht ereignet haben, der Großeltern, dass die Enkel diese Geschichten auf einmal auspacken. Also das hat man immerhin schon erkannt. Das ist ein großer Schritt vorwärts. Aber mehr ist da eigentlich nicht zu verzeichnen. Und die Entwicklung des Potenzials, die steht bei der klassischen Psychologie nicht im Vordergrund. Und das liegt an der Geschichte der Sache. Die Psychologie ist entstanden aus der Medizin. Also ich gebe zu bedenken, dass die Psychoanalytiker des 19. Jahrhunderts, also Freud und Kollegen, das waren ja alles Ärzte. Und Ärzte beschäftigen sich mit kranken Leuten. Und deswegen war die Psychologie und die Psychoanalyse von vornherein eine Studie von Erkrankungen. Und die Frage ist natürlich, die der Arzt sich stellt, wie kann ich jemanden heil machen? Der Arzt fragt sich nicht, wie kann ich jemanden zu seinem vollen körperlichen Potenzial aufbauen? Das ist ein Gedanke, der jetzt erst durch diese ganze Sport- und Wellnessbewegung populär geworden ist. Dass man in die Muskelbude geht und aus seinem Körper was macht, das gab es früher nicht. Früher hat man jemanden gesund gemacht und mehr war es nicht. Und in der Psychologie hatten wir diesen Gedanken einer Persönlichkeitsentfaltung eigentlich nie im Vordergrund gehabt. Wohingegen in den asiatischen Religionen das ganz stark im Vordergrund immer stand, dass man sowohl spirituell eine Erleuchtung erleben kann, wenn man nur dies und jenes lange genug tut, und außerdem durch entsprechende Disziplin und Mantren und Atemübungen ganz wunderbare Sonderfähigkeiten erlangen kann, die sogenannten Siddhis. Und dieses Kultivieren von Sonderfähigkeiten und das Erreichen einer Erleuchtung schafft eine Dimension, die es bei uns im Westen nie gab. Außer vielleicht in der Kirche, wo man versucht, mit Exerzitien eine religiöse Erkenntnis zu erlangen oder dem Himmel näher zu kommen oder dem göttlichen Prinzip näher zu kommen. Aber das war eine fürchterlich spezielle Angelegenheit für einige wenige Mönche. Das war keine, im Volk gab es das nicht und von Psychologen wurde es auch nicht verschrieben. Also das gab es nicht. Man konzentriert sich hierzulande oder in der klassischen Psychologie schon eher auf die Dinge, die empirisch belegbar sind, sozusagen alles, was wir, ich sage mal so, alles Nichtmaterielle, ist nicht oder nur ungern Gegenstand der Forschung. Völlig richtig. Die Physik kann sich nur beschäftigen mit dem, was man messen, wiegen und filmen kann. Und ein Wesen, ein geistiges Wesen, das zwischen zwei Körpern herumhängt oder außerhalb seines gegenwärtigen Körpers herumhängt, das kann man nicht messen, filmen und wiegen. Und damit stößt die Physik an eine Grenze, an eine naturgegebene Grenze. Deswegen denkt die Physik über diese Dinge auch nicht besonders nach. Die sagt dann, okay, das ist außerhalb der Physik, ist in Ordnung. Aber in der Psychologie hat man diesen Schritt nicht getan. Und das ist ein Vorwurf, den man in der Psychologie machen könnte, dass sie über das Physische nicht hinausgeht, obwohl es genügend, ich meine, seit wir, seit Kolumbus, haben wir genügend Kontakte mit fremden Kulturen gehabt, mit Schamanismus und mit Zauber- und Wunderkulturen, um zu wissen, dass es da noch ein bisschen mehr gibt als das Gehirn und seine Wirkung. Aber das hat nie gegriffen. Wir haben das als, ich rede jetzt aus einem Erlebnis heraus, darf ich mal kurz ausholen? Ich will einen kleinen Angriff. Ich war bei einem Event der transpersonalen Psychologie von der British Psychological Society und da haben verschiedene Professoren ihre Vorträge gehalten, aber besonders transpersonal ging es da nicht zu. Und es ging immer nur darum, dass der eine rät, was der im Nebenzimmer gerade für Karten aufdeckt. Also es gibt ja so typische Telepathie-Experimente, die sehr mit dem Lebensalltag nichts zu tun haben. Und dann kann man sagen, okay, wenn der mit über 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit sieht, dass der gerade ein Herz-Ass gezogen hat, dann muss an der Telepathie wahrscheinlich was dran sein. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt gibt es aber doch Kulturen, die mit Fernheilung arbeiten, die ganz bestimmte Modelle haben, innerhalb derer sie Voraussagen treffen und methodisch exakt arbeiten. Wieso gehen wir nicht hin und studieren das? Und dann sagte dieser Professor der transpersonalen Psychologie der Universität Glasgow, well, it's only a cult. Das ist halt bloß ein Kult. Und dieses Wegwischen, das ist so typisch für die, nennen wir es mal traditionelle westliche Arroganz, dass das eigentlich etwas ist, was man nur sehr bedauern kann. Geändert hat sich, und gleich bin ich fertig mit meiner langen Rede, geändert hat sich durch die Nahtoderfahrungen, die ja von Frau Kübler-Rosch sehr lange dokumentiert wurden und dann einen riesigen Durchbruch hatten, weil ein eminenter Vertreter der Neurologie, ein Arzt und Psychiater, auf einmal während eines Herzanfalls außerhalb seines Körpers sich befand, ein Nahtoderlebnis hatte und dann rund um die Welt reiste und dazu Vorträge hielt. Das hat die Sache also mächtig in Richtung, es gibt mehr als bloß das Gehirn gekippt. Aber damit kommen sie halt nicht zurecht, weil sie kein Modell dazu haben. Es gibt keine diesbezügliche Theorienbildung, anhand derer man jetzt Beobachtungen sammeln würde. Und weil es diese Theorien nicht gibt, sammelt man die Beobachtungen am besten nicht, sondern sagt halt, ja gut, das gibt es und das nennt man halt Nahtoderlebnis und fertig. Ich finde es auch immer wieder spannend, wir haben das Beispiel aus so vielen anderen Kulturen, dass solche Dinge einfach funktionieren. Wenn man da ein bisschen mit offenem Geist rangeht, das funktioniert einfach, muss einfach auch empfänglich dafür sein oder offen dafür sein. Und mich wundert es immer wieder, dass es hier noch so steif zugeht. Und wie gesagt, das ist das Ding, das wir machen und was anderes lassen wir da gar nicht zu. Ich finde es interessant, nach meinem Verständnis der transpersonalen Psychologie, was ich sehr spannend finde, ist es so, dass man im Gegensatz zur klassischen Psychologie sozusagen in die, wie soll ich es denn formulieren, in die tiefen Struktur des Bewusstseins eintaucht und dort nach verborgenen Dingen sucht. Nach Überraschungen, nach vielleicht Dingen, die schief laufen oder richtig. Stichwort Atlantis-Protokolle zum Beispiel. Beispiel, dass man da Überraschungen entdeckt, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Das kann diese Art von Psychologie erreichen. Schon, aber dazu müsste man bereit sein, solche Erinnerungseindrücke oder Bildeindrücke ernst zu nehmen. Und diese Bereitschaft existiert nicht. Ich habe bei einem Workshop des Scientific and Medical Network in England einen Vortrag gehalten über Mindwalking und die Bilder, die einem da kommen aus vergangenen Leben oder aus telepathischen Verbindungen oder aus Anhängseln und so weiter. Und dass daraus ja ganz reale Persönlichkeitsentwicklung erfolgt. Es bleibt ja nicht dabei, dass einer rumspinnt, sondern er spinnt ja nur rum, weil er ein Problem lösen möchte. Und nachdem die Rumspinnerei fertig ist, kommt er im Leben besser zurecht. Da ist er also sozusagen von etwas kuriert. Und die anwesenden Damen in diesem Workshop nickten weise und sagten, well, it's all metaphorical. Das sind halt alles nur Metaphern, das sind alles nur Vergleiche. Mit anderen Worten, ja, man hört den Leuten höflich zu, aber man schaut, dass sie möglichst bald damit fertig sind. Und außerdem darf man nicht vergessen, so eine therapeutische Sitzung dauert eine Dreiviertelstunde, mehr zahlt die Kasse nicht. Und da kommt man um diesen Blödsinn sehr schnell drumherum. Und was wir bei Mindwalking machen, ist, wir arbeiten halt ohne zeitliche Begrenzung. Deswegen können diese Dinge sich voll entfalten und dann kommen zu diesen absurden Geschichten eben Emotionen hoch und körperliche Schmerzen und Erkenntnisse. Und dann hat man es durchgestanden und auf einmal hat man einen neuen Blick aufs Leben. Das heißt, wir brauchen auch ein, oder der Psychologe bräuchte auch ein Setting, das ihm ermöglicht, diese Dinge hervorzurufen und denen nachzugehen. Und in der gängigen Praxis gibt es dieses Setting nicht. Ich will damit nur sagen, dass an der Psychologie eigentlich gar nicht viel verkehrt ist. Ich mache ja auch nur eine Standardpsychologie. Also könnte ich erklären mit ein paar Sätzen, wenn es dich interessiert. Aber ich will jetzt nur sagen, ich mache auch nur eine Standardpsychologie. Der Unterschied ist, dass ich nicht unter einem einengenden Zeitmanagement stehe, das die Krankenkassen vorschreiben, weil der Kassenpsychologe, wenn er sein Geld verdienen will, dann muss ich den Krankenkassen beugen. Und ich stehe nicht in einem, wie soll ich sagen, in einem Privilegien- oder in einem Statuswettrennen, weil ich nicht doktorieren will und keinen Professorenstuhl haben will. Das heißt, ich kann mir eine Freiheit leisten, die der normale Psychologe, der von der Uni kommt, einfach nicht vorfindet. Und das ist eine sehr, sehr einhängende Geschichte. Aber jeder könnte das machen, was ich mache, mit den simpelsten psychologischen Werkzeugen. Es sind eh zwei so Sachen, die sich ein bisschen abstoßen, meiner Meinung nach. Psychologie, also wenn du einen Psychologen besuchst oder einen Psychotherapeuten besuchst und ein Zeitlimit hast. Das finde ich ganz schwierig. Ich musste selbst, ich hatte mal eine, ich komme später noch darauf zu sprechen, ich hatte mal eine heftige Zeit, wo ich das in Anspruch nehmen musste. Und das hat mich sehr geärgert, dass ich nie genug Zeit hatte, meine Probleme weit genug auszuführen, weil ich dachte, wenn ich nur genug erzähle, dann kann der mir helfen. Also ich, vielleicht haue ich es gleich mal raus, wenn es für dich okay ist. Vor einigen Jahren hatte ich eine heftige Zeit, in der ich mit schweren Depressionen, mit Zukunftsängsten, sowie mit einer unglaublichen Angst vor dem Tod zu kämpfen hatte, wo ich gar nicht sagen kann, woher das alles kam eigentlich. Also es gab so ein, zwei Todesfälle im Freundeskreis, ein Kollege hat sich erschossen und jemand anders, der im Nahstand ist, gestorben. Aber habe ich eigentlich ganz gut, so dachte ich, im ersten Moment aufgefasst, das Ganze. Aber diese Depressionen, die kamen theoretisch über Nacht. Ich bin Samstag nachts eingeschlafen und Sonntag morgens mit Depressionen aufgewacht. Da wusste ich noch gar nicht, was ich habe. Ich dachte, ich habe einen Gehirntumor oder irgend sowas, weil in meinem Kopf so ein Gefühl war, dass ich gar nicht fassen konnte. Ich konnte das nicht in Worte fassen, was ich fühle in meinem Kopf. Und ich wusste nicht, was eine Depression ist, also konnte ich es auch nicht beschreiben. Ich gehe zum Arzt, der Arzt sagt, hast du gestern gesoffen? Und ich sage, nee, habe ich nicht. Irgendwie geht es mir ganz komisch. Ich habe Angst, dass ich krank bin. Also irgendwie, keine Ahnung, Tumor habe oder keine Ahnung. Er schickt mich dann zum Psychologen. Nach einer langen Odyssee bei Ärzten haben sie mich zum Psychologen geschickt. Ich wurde beim Psychologen vorstellig und nachdem er meinen Kopf geröntgt hat, es war nichts, bekam ich ein Medikament. Das hieß Tavor und Paroxetin bekam ich mit auf den Weg und einen guten Rat. Ich soll doch in Zukunft alles ein bisschen lockerer angehen lassen. Das war so, und da war der für die erste Sitzung mit mir fertig. Also dieses Notfallmedikament, Tavor ist so ein Notfallmedikament, also ein ziemlich heftiges Medikament und wo ich danach ziemlich abhängig geworden bin davon, muss ich sagen. Und ja, alles was passiert ist, es hat mich abgestumpft. Also es war ja auch für mich keine befriedigende Antwort, wie du dir vorstellen kannst wahrscheinlich. Ich war auch wütend, weil ich nicht verstanden habe, warum es mir so geht und vor allem, weil es mir offenbar auch keiner erklären konnte oder wollte, was ich jetzt habe. Und die Zeit, das ist eben jetzt der Punkt, es war keine Zeit da. Ich wollte reden, ich wollte erzählen. Ich habe gedacht, wenn ich nur tief genug grabe in meinem eigenen Kopf, vielleicht kommen wir dahin, dass es mir dann besser geht oder so. Das habe ich so empfunden. Ich habe mir immer so gedacht, warum sieht der das nicht genauso? Warum schickt er mich so nach 35 Minuten heim oder nach 30? Kann ich dir erklären, weil es nie gelernt hat, mit Leuten zu reden. Du warst auch nicht bei einem Psychologen, möchte ich meinen, sondern bei einem Psychiater. Denn einem Psychologe würde dir keine solche Mittel verschreiben. Das würde einem Psychiater machen. Denn ein Psychiater ist ja ein psychologisch orientierter Arzt. Ein reiner Psychologe würde solche Mittel nicht verschreiben. Und ein Psychiater hat nicht unbedingt eine Ausbildung im Zuhören, äußerst selten. Das gehört da nicht dazu. Er diagnostiziert Fälle im medizinischen Sinn und verschreibt Medikamente, die für diese neurologische Geschichte hilfreich erscheinen. Ich habe mal mit einem Psychiater gesprochen, auch das wieder in England im Zusammenhang mit dem Scientific Medical Network und sagte dann, ja, ich sitze da mit den Leuten von morgens um neun bis abends um sechs, vier, fünf Stunden Sitzungszeit an einem Tag. Und dabei kommen halt diese wunderbaren Erkenntnisse und Enthüllungen zustande. und er sagte im Anschluss an diesen Vortrag von mir, sagte er, ich weiß nicht, wie Sie das fertigbringen, Leute sechs Stunden lang im Gespräch zu halten. Ich bin ja froh, wenn ich meine Dreiviertelstunde einigermaßen hinter mich bringe. Da kommt einer rein und dann sagt mir, na, wie geht es und wie war es beim letzten Mal und wie wirkt das? Na, mal gucken, was wir jetzt machen und dann ist man eigentlich schon fertig. Und wie man da jetzt noch auf den Menschen eingehen soll, das gehört nicht zur Ausbildung. Und auch nicht zur Methode. Da bräuchte man ja viel mehr Zeit und so funktioniert die Kiste nicht. Ich war auch alles andere als zufrieden oder nennen wir es mal geheilt. Natürlich waren meine Symptome verschwunden durch die Medikamente. Aber auch so ein ganzer Teil von mir war dann weg. Ich hatte kaum noch Lebensfreude. Lebensqualität wurde mir genommen durch die Medikamente, muss ich sagen. Ich habe mir noch wahnsinnig zugenommen, weil ich die lange genommen habe. Und dadurch fühlst du dich wieder schlecht. Ich meine, du löst ein Problem und schaffst vier andere. Was ist da der... Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Von meinem jetzigen Standpunkt aus betrachtet würde ich vielleicht auch so eine Mindwalking-Sitzung in Anspruch nehmen. Um, ja, vermutlich hätte ich mir da viel Schaden, den ich mir dann selbst zugefügt habe und Leid in Anführungszeichen ersparen können. Und viel, viel, ja, schon Leid, so ein bisschen, so seelisches Leid hätte ich mir dann schon ersparen können vielleicht damit. Vielleicht hätten wir da tief gegraben und hätten was gefunden. Wer weiß, ne? Ja, das ist... Das war mein Erlebnis. War schon intensiv und sehr ärgerlich. Also, und das ist auch das, was ich so höre, wenn ich jetzt mit Leuten drüber spreche. Das zieht sich so durch wie ein roter Faden. Das ist... Ich kenne fast nichts anderes. Ich bin ja froh, dass es dir wieder gut geht. Vielen Dank. Ja, es... Hast du selber dich aus der Sache rausgeholt, wie der Münchhausen in den eigenen Schnürsenk? Sozusagen, ja. Es war bei mir so, dass ich, ähm... Vielleicht haben die Medikamente mir so ein bisschen Spielraum verschafft, mich im Kopf zu sammeln, aber was mir so im Endeffekt geholfen hat, war schon, ich bin keiner, der gerne erzählt. Jetzt erzähle ich natürlich gerne, Im Rahmen. Jetzt kann ich auch über solche Dinge offen reden. Konnte ich früher nie. Ich konnte nie über Probleme reden. Ich habe alles in mich reingefressen. Ich habe daheim meiner Kindheit oft Haue bekommen, sage ich mal so, ein bisschen verharmlost jetzt. Und habe dann, ich war, also, ich war ein Mensch, der immer wütend war. Bis ich erwachsen war, war ich immer wütend. Ich war immer wütend. Ich war stinkwütend. Auf meine Eltern, auf jeden, weil sie mich geschlagen haben oder auf, ähm... Jeden Ärger habe ich in mich reingefressen immer nur. Natürlich kommt alles, was mir dann später wieder erfahren ist, psychisch auch daher irgendwo. Das ist natürlich auch so ein Knoten, der da ganz viel später erst sich gelöst hat. Ich habe mich da, ja, ein bisschen selbst auch rausgeboxt, indem ich mich selbst reflektiert habe und drüber nachgedacht habe, wo kann das herkommen? Wo, wo, was habe ich, wo habe ich missgebaut? Ich habe jetzt auch noch meine Baustellen, die sehr schlimm für mich sind und die mir psychische Probleme machen. Aber damit lebe ich jetzt eigentlich ganz okay, sage ich mal. Aber ja, Selbstanalyse, sage ich mal, ein bisschen selbst an mir arbeiten, hat mir dann geholfen, einfach auch zu erkennen, dass man ab und zu mal reden muss und nicht alles in sich reinfressen darf oder manchmal einfach sich gar nicht ärgert über Dinge, die einen ärgern. Einfach, weißt du, einfach so mal abnicken, wenn was ist, was nicht so läuft und keinen Stress mehr machen. Das hat mir schon viel gebracht, muss ich sagen, ja, Selbstreflexion. Naja, das Allheilmittel ist ja, cool bleiben, das wissen wir ja, aber bleib mal cool. Geht nicht immer, das ist schon klar, das geht nicht immer. Du kannst nicht immer cool bleiben. Es gibt auch Tage, wo ich mich wahnsinnig aufrege, aber dann denke ich mir, wofür. Ich werde jetzt 42, denke ich mir dann immer. Bisschen muss das Ding noch arbeiten, hier drin, die Pumpe, das kann sich aus dem Latschen kippen wegen irgendwelchen Ärger. Ja, lass uns mal zurückkommen zur transpersonalen Psychologie. In der analytischen Psychologie nach, zum Beispiel, C.G. Jung, haben wir das Ich-Bewusstsein. Wenn ich das richtig zusammenbekomme, Denken, Fühlen, Intuition und Empfindung, glaube ich, so wird das, so stellt sich das zusammen, wenn ich das richtig recherchiert habe. Und was ich auch ganz interessant finde, ist das Thema mit diesem Schattenkomplex, so wird das, glaube ich, benannt, in dem befinden sich eben Dinge, die wir gerne mal verdrängen oder verdrängen möchten und die mit unserer Vorstellung vom Bewusstsein, verbessere mich bitte, wenn ich falsch liege, nicht so kompatibel sind, nicht so übereinstimmen, aber dann doch ab und zu mal an die Oberfläche kommen. Aber da sind wir wieder im Bereich der Schulpsychologie und kommen die Erinnerungen Atlantis eher nicht vor, aber vielleicht ist das so ein kleines bisschen auch das, was da vorkommen will in der Schulpsychologie. Vielleicht sind das auch solche Dinge, solche transpersonalen Phänomene, Erfahrungen, Erinnerungen. Da muss ich mal bitten um Differenzierung. Der Jung und der Freud sind keine Psychologen, das sind Psychoanalytiker. Es gibt also drei Abteilungen. Die eine ist die Psychiatrie, die andere ist die Psychoanalyse und dann gibt es die Psychologie oder Psychotherapie. Und die Psychoanalytiker, die haben typischerweise Träume gedeutet und die haben alles, was einer sagte, irgendwie symbolisch interpretiert. Und der Jung hat da ein eigenes System geschaffen von symbolischer Interpretation, wo man halt sagen kann, ja gut, auf welch, auf was für Füßen steht das? Wie soll das funktionieren? Mich hat das Ganze nie besonders interessiert, weil es mir zuhergeholt war. Denn man hat ja nicht jemanden sich selbst explorieren lassen, sondern man hat ihm erklärt, was mit ihm los ist. Wenn er also an dies denkt, dann bedeutet es das. Und wenn er jenes Bild hat, dann bedeutet es wiederum dies. Und dann kam der Jung daher mit seinen Archetypen. Dann fragten sie sich, ja, wo kommen die denn her? Einzige, was man dem Jung zugutehalten kann, ist, dass er die Idee eines kollektiven Unbewussten in die Welt gesetzt hat. Das ist eher eine intuitive Leistung als eine wissenschaftliche Leistung. Das kollektive Unbewusste, das würde ich unterschreiben. Und das gibt es ja auch in anderen Kulturen. Also Franz Bardon zum Beispiel spricht auch von kollektiven Unbewussten. Aber ansonsten ist das alles sehr viel wilde persönliche Interpretation von dem, was einem die Leute erzählen. Und das, finde ich, ist bewertend und fremdbestimmend. Und das lehne ich ab. Deswegen habe ich mich mit der Psychoanalyse nie weiter beschäftigt. Guck, da gibt es so Sachen wie, ich habe das bei Freud gelesen, Freud sagte, die Männer sind den Frauen deswegen überlegen, weil früher in der Steinzeit, oder das typisch männliche Überlegenheitsgefühl kommt daher, dass früher in der Steinzeit die Männer in der Lage waren, das Feuer auszupinkeln und die Frauen nicht. Buchstäblich, ja, steht in Unbehagen in der Kultur oder Traumdeutung oder irgend sowas. Und der Junge, der hat es fertiggebracht, seine Kundinnen dermaßen zu bezirzen mit seinen eigenen Problemen, dass sie hinterher ihm zugehört haben in den Sitzungen statt umgekehrt. Das sind so ungeheuer schräge Dinge, dass es mir keinen Respekt eingeflößt hat. Und Erkenntnisse der eigenen Tiefe kommen nicht vom Klienten, sondern von dem interpretierenden Psychoanalytiker. Das darf man nicht vergessen. Und bei Mindfucking machen wir was ganz anderes. Wir sagen, was ist denn los mit dir? Wo ist das Problem? Und er sagt, er mag keinen Spinat. Und dann sagt man, okay, was kriegst du denn für Erinnerungen, als Spinat mal nicht so besonders angenehm war für dich. Und auf einmal ist man dabei, dass er in einem vergangenen Leben als Erntehelfer von einem Traktor umgefahren worden ist auf dem Spinatfeld. Und das kommt aber aus ihm heraus. Einfach indem man fragt, was siehst du denn genau? Was ist denn das? Was heißt, du siehst jetzt einen Traktor? Was hat einen Traktor mit Spinat zu tun? Ja, der ist auf dem Spinatfeld. Ja, was macht denn der Traktor? Ja, der kommt auf mich zu. Gut, erzähl weiter. Jetzt fährt er über mich drüber. Und dann kriegt der Sitzungspartner einen Schauder und er kriegt Tränenanfälle und er kriegt Schmerzen an den Stellen, wo der Traktor oben drüber ist. Und nachdem er da durch ist, und das kann viele Stunden dauern, kann er drüber lachen und sagen, Menschenskinder sind so ein Mist, jetzt verstehe ich auch, warum ich keinen Spinat mag. Und das ist eine selbstgewonnene Erkenntnis. Ob das stimmt, weiß niemand. Und wir behaupten ja auch nicht beim Mindwalking, dass das Realitätsdokumentationen ist, was die Leute da auspacken. Das kann man gar nicht beurteilen. Nur, jetzt sind wir beim Atlantis-Buch, wenn man jahrzehntelang, so wie ich, die Leute immer wieder bestimmte Geschehnisse erzählen hört, die ganz klare Ähnlichkeiten haben, dann kann man sich natürlich nur denken, die können sich das nicht individuell ausgedacht haben oder können nicht von ganz unterschiedlichen Zeiten und Orten reden. Das ist halt ein Ding, das da ablief. Und das gehört alles zusammen. Aber gut, das ist eine Schlussfolgerung, die ich leiste und die ist nicht wichtig, weil wichtig ist, was der individuelle Sitzungspartner in seiner Sitzung, im Moment der Sitzung erkennt und bewältigt. Dass dann ein Sitzungsleiter wie ich, der das schon tausendmal gehört hat, sagt, guck mal an, das ist die bekannte Geschichte aus einem ganz anderen Blickwinkel, das ist meine Leistung und die kann völlig falsch sein. Darum geht es nicht. Es funktioniert, mein Bockwinkel funktioniert nicht, weil wir eine Vorstellung von Atlantis haben, sondern weil die Leute mit ihren eigenen Bildern und Empfindungen zurechtkommen. Da muss man großen Wert drauflegen. Du schreibst im Buch Atlantis-Protokolle allerdings auch über einen Realitätstest. Wie sieht denn so ein möglicher Realitätstest aus? Naja, Realitätstest war nicht bezogen auf Atlantis, sondern war bezogen auf Sitzungen, die sich auf Zeiten und Orte und Personen beziehen, die dann nachweislich existieren oder existiert haben oder positiv Veränderungen gemacht haben. Also ich erinnere mich an eine Sitzung, die ich telepathisch mit einer Frau in Südafrika durchführte, nicht weil ich das wollte, sondern weil mich ihr Mann angeschrieben hatte und sagte, meine Frau geht so schlecht und da ich die beiden halt freundschaftlich kannte, bewegte mich das und schon während ich die E-Mail las, stand die Frau sozusagen neben mir und ich habe sie dann telepathisch angesprochen und habe mit ihr gearbeitet und weder sie noch der Mann wusste was davon und ich habe auch nichts gesagt dazu. Und dann ein paar Tage später schrieb er Menschenskinder, da geht es wieder gut, hast du irgendwas gemacht? Und dann habe ich ihm das erzählt, dass ich was gemacht hatte. Das ist also sozusagen ein Realitätstest. Oder die andere Geschichte, dass eine Frau sich darüber wunderte, dass ihr kleiner Sohn sich so ein bisschen merkwürdig benahm beim Spielen, nachdem er aus dem Urlaub mit seinem Vater zurückgekommen war und dann bekam sie die Idee, dass mit dem sexuelle Spiele getrieben worden waren in dem Urlaub mit dem Vater und diese Bilder bekam sie dann ganz intensiv in der Sitzung und ließ die abrollen und dann hatte sie den Mut zum Anwalt zu gehen und zum Sozialamt und der Mann konnte also tatsächlich zu einem Geständnis gebracht werden. Und das ist ein Realitätstest. Also die sieht Bilder von etwas, wo sie nicht dabei war und der Sohn konnte ihr das nicht erzählen in diesen Worten. Der war ja bloß drei und hinterher stellt sich dann raus, dass da tatsächlich ein Fall vorliegt. So Sachen gibt es gerade bei hellsichtigen Menschen natürlich ganz besonders. Also ich denke da jetzt an Ingo Swan, der ja der Mitbegründer des Remote Viewing ist. Der hat ja den CIA dadurch von seinen Fähigkeiten überzeugt, dass er da ein tief vergrabenes mit Beton und Stahl abgesichertes Dingsbums entdeckt hat und genau beschrieben hat, was drin ist. Das war denen nicht sehr angenehm. Und das ist auch ein Realitätstest für telepathische Fähigkeiten. Also davon gibt es ganz viel. Du beschreibst in deinem Buch eine Sitzung, den Fall fand ich ganz spannend, in der eine Dame den tragischen Tod ihres Großvaters als eine Art Erinnerung nacherlebt. Die Dame kam offenbar mit dem Problem zu dir wahnsinnig Angst vor dem Tod zu haben. Ach ja, richtig. Sie wusste scheinbar, dass der Großvater kurz vor seiner Entlassung aus der russischen Kriegsgefangenschaft von einem Baum erschlagen wurde. Ja, so war das. Und als dann dieses Ereignis hochkam und angesprochen wurde, löste sich sozusagen der Knoten und das Erlebnis hat sich vor dem inneren Auge abgespielt. Sie hat dann richtig mitgefühlt und mitgelitten und konnte sich an wichtige Details des Vorfalls erinnern. Und ich denke, dass das Ganze auch, wie gesagt, den Knoten ihres ursprünglichen Problems gelöst hat, wegen dem sie zu dir kam. Ja, sie hatte große Angst vor dem Tod. Es stellte sich heraus, dass dieser Tod des Großvaters, der nur insoweit bekannt war, als man wusste, der ist verunfallt im russischen Gefangenenlager vor seiner Entlassung. Mehr wusste man ja gar nicht. Also diese Details, dass da bei Verladearbeiten ein Balken auf ihn drauf fiel, das war ja gar nicht bekannt. Das hat sie alles aus ihrer inneren Schau gesehen. Und dann ging es aber noch weiter. Und damit sind wir bei der eigentlichen Angst vor dem Tod. Der Großvater war nämlich nicht einverstanden mit seinem Tod, denn er wollte ja zu seiner Familie zurück. Er wollte heim und er war also absolut unwillig, tot zu sein, wenn man das mal so will. Und deswegen hatte meine Kundin eine Abneigung gegen den Tod. Also Tod sein ist ungesund, sozusagen. Und der Großvater folgte dann seiner Frau und seinem Kind auf der Flucht und die war nämlich gleichzeitig am Fliehen, wenn ich das richtig erinnere. Und die, seine Tochter verlor auf dieser Flucht ihren, ihren Teddy oder ihre Puppe und diese Tochter, die die Puppe verlor, wiederum ist die Mutter meiner Klientin. Und dann ging meine Klientin hin und fragte ihre Mutter, sag mal, ist da bei der Flucht irgendwas Dramatisches passiert? Dann warst du dich erinnerst und dann sagt sie, ach, sagt die Mutter, ich war ja noch so klein, aber ich habe meinen Teddy verloren. Das hat mir besonders leid getan. Das heißt, das hat sich dann bestätigt. Eine weitere Frage, die sich mir stellt, ist, wie sieht es denn aus mit Träumen? Ich spreche von luziden Träumen oder ja, manchmal hat man ja wahnsinnig intensive Träume, die man gar nicht so richtig zuordnen kann. Spielen Träume denn eine entscheidende Rolle bei der Frage nach dem, wer bin ich oder woher komme ich? Überhaupt nicht. Zumindest nicht bei Mindwalking. Wir beschäftigen uns nicht mit Träumen, weil nach unserer Auffassung und nicht nur unsere Träume eine Verarbeitung von stresshaftem Tagesmaterial sind, was wiederum alte Geschichten einschalten und aufreißen kann, sodass aus dieser Kombination von Tagesereignissen und alten abgelagerten Geschichten dann diese Traumstories zustande kommen. Gelegentlich sind Träume ein wertvoller Hinweis. aber halt nur gelegentlich. Dass der Sitzungspartner sagt, ich habe seit der Kindheit häufig denselben Traum und es ist jedes Mal derselbe Traum und er ist sehr intensiv und ich habe den ein paar Jahre und das ist ein Traum, dass ich vom Kirschlach falle oder sowas. Und während er das erzählt, ist er so erregt, hat er eine solche Emotionalität, dass man dann natürlich sagt, ja nun gib mir mal die Details von dem Traum, was für ein Kirschdach und was war da los und dann erzählt er halt eine Geschichte, die sich immer mehr zu einer echten Erinnerung ausweitet. Das gibt es schon. Das sind, um diese echte Erinnerung sind dann alle möglichen Geschichten drum herum gepackt, die nicht dazugehören und indem man mit Bedacht und Geduld die Sache immer wieder durcherzählt, kommt dann am Ende das dabei raus, was netto sozusagen wirklich geschehen ist. Und dabei bleibt der Sitzungspartner dann auch und fühlt sich erleichtert. Ist es denn so, während so einer Mindwalking-Sitzung, ist es ein neutraler Zustand, in dem ich mich befinde oder redet man sich da auch so ein bisschen in so ein vielleicht ist das das falsche Wort, in so eine Art Trance, dass man wirklich durch diese intensiven, konzentrierten Gespräche in so einem leichten, Trance-artigen Zustand sich brabbelt. Ich möchte mal ein Beispiel nennen, man kann sich ja meiner Meinung nach mit sehr vielen Dingen in so eine Trance reinarbeiten, zum Beispiel durch Musik oder wenn man jetzt irgendwie, jeder kennt das, wenn man einen coolen Film guckt und der ist so spannend, da bist du wirklich im Film drin, du bist wirklich mit dabei und wenn der Protagonist sich bewegt, dann bewegst du dich mit, dann zuckst du, wenn die Kugeln kommen oder und wenn die Szene dann vorbei ist oder die Werbung kommt, die Persil-Werbung kommt, dann bist du wieder in der Realität und für einen Moment fühlt sich genau das ganz komisch und fremd an. Wenn du in irgendwas richtig tief drin bist, in einem mega guten Gespräch zum Beispiel, das ist jetzt mein Punkt, dass du da wirklich so in einem Zustand dich redest, und dass ihr beide so einen intensiven Zustand herstellt, der natürlich auch dazu beiträgt, dass es dann so kommt, wie es kommt. Na gut, so einen Zustand herzustellen ist ja die Verpflichtung eines jeden guten Zuhörers oder Präsentierers, also wenn du zum Beispiel als Kabarettist oder als Musiker oder als Schauspieler auf der Bühne stehst, dann willst du ja die Aufmerksamkeit deiner Zuschauer so bannen, dass sie nicht mal mehr atmen und das Niesen vergessen und so weiter. Das ist im echten Sinn eine Trance, denn eine Trance ist eine Fixierung auf einen Punkt bis dahin, dass wir den Rest der Welt gar nicht mehr wahrnehmen. Und so wie du mit einem spannenden Film, wenn das Telefon klingelt, das hörst du dann nicht. Das ist eine Trance, ganz klar. Und jetzt kann man natürlich eine tiefe Trance induzieren durch bestimmte hypnotische Maßnahmen und dann sitzt der Sitzungspartner da, wie abgeschaltet und ist in irgendeinem suggerierten Zustand drin. Das machen wir natürlich nicht. Wir erzielen, möchte ich es mal umgangssprachlich sagen, durch eine gute Gesprächsführung, ein spannendes Gespräch. Aber das kann jederzeit unterbrochen werden. Dann sagt der Sitzungspartner, also ich muss mal was trinken, dann greift er zum Glas. Und dann sagt der Sitzungspartner, okay, also wir waren eben bei der Sache mit dem Spinatfeld, wie geht es da weiter? Ja, der Traktor kommt auf mich zu und dann sind wir wieder drin. Oder der Sitzungspartner sagt, ich muss aufs Klo oder ich muss mir die Nase putzen. Oder es knallt draußen auf der Straße, weil einer eine Fehlzündung hat und dann sagt der Sitzungspartner, was war denn das? Das heißt, man ist voll aufnahmefähig und die Aufgabe des Sitzungsleiters, das Gespräch auf der Spur zu halten. Wenn es Ablenkungen gibt, wieder zurück den Faden zu finden. Das ist eigentlich alles dabei. Also der Weg zu diesen Resultaten, den finde ich mega spannend. Deswegen ist für mich auch dieses Mindwalking so interessant. Der Weg zu diesen Resultaten simpel, aber intelligent und clever und der Erfolg spricht für sich. Es ist immer wieder faszinierend, wenn ich auch lese in deinen Büchern, was sich auftut in diesen Mindwalking-Sitzungen. Also wie gesagt, der Weg dahin mega spannend. In einem anderen Interview, das du gegeben hast, sprichst du darüber, dass wir als geistige Wesen über die Möglichkeit verfügen, eine Energie zu produzieren und die wir zum Beispiel für die Wahrnehmung oder auch für gewisse andere Dinge verwenden können. Ich weiß nicht, ob ich da genau dahinter gestiegen bin, wie du das meinst. Du sagst, dass wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf etwas richten, dann senden wir eine, wie du es nennst, subtile Energie aus? Wir präsenten Aufmerksamkeit, ein ganz banales Wort. Wenn du dich konzentrierst, ist das anstrengend. Das passiert dir nicht von selbst. Du musst was tun. Du kannst dich nicht ewig konzentrieren. Konzentrieren erschöpft dich nach der Zeit. Und das ist nicht nur eine Hirnsache oder eine Stoffwechselsache, sondern das ist eine geistige Sache. Und dieses Aufbringen von Aufmerksamkeit ist ein mental energetischer Akt. und das ist die simpelste Beispiele von Mentalenergie. Und dann kannst du das natürlich noch koppeln, indem du deine Vitalkräfte entsprechend mobilisierst, wie du es in asiatischen Kampfkünsten machst. Und dann bist du bei der Psychokinese und kannst die Blumenvase mit einem mental energetischen Impuls umschmeißen. Das ist die Benutzung von Mentalenergie. Nicht besonders originell, machen wir alle dauernd. Wir reden von Energie, die im Stand ist, was zu erschaffen. Darüber schreibst du auch Kunst, Musik, Gedichte vielleicht. Wenn ich zu dir sage, stell dir einen Elefanten vor, dann kannst du dir einen Elefanten vorstellen. Und wenn ich jetzt sage, stell dir den Elefanten vor, wie er auf der Kirchturmspitze sitzt oder wie er auf der Kirchturmspitze aufgespießt ist, dann ist das vielleicht ein bisschen mühsam, aber du kannst, weil du weißt, was eine Kirchturmspitze ist und weil du weißt, was ein Elefant ist und weil du weißt, was aufspießen ist, kannst du dir einen armen Elefanten, der zumfällig vom Hubschrauber runtergefallen ist, auf der Kirchturmspitze aufgespießt vorstellen. Das ist ein Erschaffungsakt und dieses Bild existiert jetzt für dich in einer bestimmten Intensität und wenn ich jetzt zu dir sage, David, links von dir auf dem Ordner, was steht da für ein Wort? Guck mal hin, links von dir auf dem Ordner. Daniel. Schule steht da drauf. Gut, Entschuldige, ich habe David, da steht Schule drauf, gut. Und jetzt ist der Elefant weg und der Kirchsturm. Aber jetzt, wo ich das Stichwort wieder gebe, kannst es wieder aufbauen. Das heißt, du baust Bilder auf, auf ein Stichwort hin, dann gehen sie wieder weg. Wenn du dich mit was anderem beschäftigst, dann baust sie wieder auf. Das ist das Aufbauen von mental energetischen Konstruktionen. Und darauf beruht zum Beispiel Magie. Wenn du das intensiv genug machst, dann kannst du dir irgendwas Übles ausdenken und machst da ein Paketchen draus und hängst das jemand an. Und dann wird krank oder geistesgestört oder sonst was. Das machen sie im Voodoo. Das sind alles nachweisbare Geschichten. Kann man alles machen. Ich denke, mein Punkt ist aber, und verbessere mich bitte wieder, wenn ich falsch liege, dein Ansatz ist, dass das hier oben drin, mein Gehirn in meinem Kopf sozusagen das Werkzeug ist. Die Energie jedoch wird außerhalb unserer greifbaren Welt produziert. Nein, das Gehirn ist nicht das Werkzeug, weil du produzierst ja diese Energie auch, wenn du außerhalb des Körpers bist. Wenn du einen Unfall hattest und schwebst 50 Meter über dem Unfallort und siehst, wie die Sanis deinen verletzten Körper in die Ambulanz reinschieben, dann bist du ja jemand, der ohne Körper aus 50 Meter Höhe genügend Aufmerksamkeit produziert, um das wahrzunehmen. Also wird das ohne Gehirn vollzogen. Der Geist kann zur Materie werden, hat Hans Peter Dürr gesagt, wie heute erst angeguckt. Interessant. Vielleicht war jetzt das Wort Werkzeug ein bisschen falsch gewählt. Ich brauche mein Gehirn, um meine Hände zu bewegen und um Dinge zu schaffen, brauche ich meine mechanischen Fähigkeiten. Du brauchst dein Nervensystem, um die entsprechenden Impulse zu setzen. Das ist richtig. Aber die werden nur gesetzt, weil du einen Willen hast und eine Vorstellung, wie es sein soll. Und dann wird es ausgeführt. Und der diesen Impuls gibt, diese Vorstellung, das bist halt du. Und der Körper erfolgt den, wenn er intakt ist. Aber diese Energie, von der gesprochen wird, sind wir da wieder bei diesem, wir haben schon mal darüber gesprochen, glaube ich, bei diesem übergeordneten Bewusstsein. Bin ich da irgendwie auf der richtigen Spur? Nö, du brauchst kein übergeordnetes Bewusstsein. Du brauchst nur Wissen, ich hätte jetzt gerne einen Kaffee. Und da hast du eine Vorstellung und dann bringst du den entsprechenden Willen auf und dann gehst in die Küche und machst dir einen Kaffee. Und das ist alles, was hier passiert. Du hast bewusst einen Wunsch und der Wunsch ist dir bewusst und dann bringst du die Kräfte auf, die du brauchst, um diesen Wunsch zu erfüllen. Dazu benutzt man normalerweise einen Körper, den man in der Gegend rumschickt. Und wenn man keinen Körper hat, dann bewegt man sich halt als Wesen in der Gegend rum. typischerweise nach dem Tod entschwebt man und dann gerät man wieder in so einen Inkarnations Schleif und dann guckt man sich wo geht es lang und dann sieht man diese schwangere Mutter und dann geht man dahin oder man sieht die netten Eltern und bewegt die sogar dazu, dass sie einen Zeugungsakt vornehmen damit man die netten Eltern als Eltern hat und all diese Dinge werden ja bewusst und willentlich vorgenommen ohne dass es einem Körper geht und da brauchst du kein großes Bewusstsein dazu sondern du selbst du als Individuum hast einen Wunsch und diesen Wunsch möchtest du gerne umsetzen da ist kein großes Bewusstsein im Spiel sehr spannend das Ganze wie immer sehr sehr spannend und wer darüber nachlesen möchte ich werde die Bücher natürlich von Rolf-Ulrich Kramer verlinken unter dieser Folge ich möchte ein bisschen Reklame machen für mein letztes Buch weil diese ganzen Mechanismen von denen wir hier reden die werden ja sowohl im Mindwalking Buch dem ersten Buch wie auch dem letzten als alles begann in sehr großer Gründlichkeit dargestellt denn dieses Erschaffen einer eigenen Welt da beginnt ja etwas was man zu einer Welt macht wie kommt es eigentlich zu einer eigenen Welt das ist das Thema dieses Buches als alles begann und dann ist natürlich die Frage wie kommt es zu unserem gesamten Universum und haben wir das vielleicht alle zusammen erschafft Antwort ist ja aber der Erschaffensmechanismus die ganze Sache mit der Mentalenergie und der Aufmerksamkeit das ist da drin sehr sehr gründlich erklärt also wenn es interessiert dann wäre das das Buch ja werde ich natürlich einblenden und verlinken wie lange hast du in diesem Buch gearbeitet ich würde mal sagen 30 Jahre weil die Grundbeobachtungen die immer wieder gemacht wurden und notiert wurden die habe ich ja über viele viele Jahrzehnte zusammengetragen und zu Papier gebracht und als es dann sagen wir mal unzweifelhaft geworden war wurde es auch unbitterruflich dann muss es gemacht werden das ist so ein bisschen ähnlich wie das Atlantis Buch die Beobachtungen dazu die liefen ja auch über Jahrzehnte und dann liest du alle möglichen Bücher um zu gucken liegst du richtig liegst du falsch was sagen die anderen und all diese Arbeiten die ziehen sich ja über lange lange Zeit hin das Schreiben eines Buches dauert vielleicht nur ein Jahr aber die ganze Vorgeschichte das ist das was richtig Zeit dauert 30 Jahre 30 Jahre plus das finde ich merkt man wenn man das Buch liest oder die Bücher liest ich finde das höchst interessant obwohl ich immer der skeptische bin der skeptische Part hier in diesem Projekt und der Skeptiker bin ich bin auf dieser Mindwalking Sache ganz schön hängen geblieben muss ich sagen ich finde das sehr sehr spannend und ich glaube da ist mehr dran als viele denken ich ich habe heute erst wieder drin gelesen und ich habe mir diesen was ich vorhin vorgelesen habe diesen Fall da rausgeschrieben mit der Dame deren Großvater gestorben ist in Kriegsgefangenschaft das saugt sich keiner aus den Fingern und es ist jetzt ein Fall von vielen ich habe auch den Fall gelesen mit dem Jungen den du vorhin angebracht hast der da missbraucht wurde offenbar und noch viele andere das sind Sachen natürlich kann man sich das ausdenken und wer das jetzt denken möchte dass es ausgedacht ist der kann das natürlich denken aber mit dem Ausdenken ist eine übermäßig komplizierte Erklärung weil du müsstest in der Sitzung kommst du drauf es fällt über dich her es fällt dir ein buchstäblich früher die Diaprojektoren wo du so ein Bier in den Flitz geworfen hast fällt das Bild da rein und geht dann auf die Leinwand und dann wird der Sitzungspartner regelrecht erschlagen von dem Bild was sich ihm da auftut das er eigentlich gar nicht sehen will jetzt könnten wir sagen naja das hat er sich halt ausgedacht um seine eigene Situation zu erklären aber dann müsste er sich es ausgedacht haben und vergessen haben um es dann wieder entdecken zu können und das ist eine sehr schwierige Konstruktion denk dir mal was aus und vergiss es so heftig dass du es 20 Jahre später wieder neu entdecken kannst also mach das mal geht nicht das ist auch gar nicht möglich ja wie ist es denn für dich wenn du noch 5 Minuten Zeit hast auch noch du hast eine wunderbare Art simple Fragen zu stellen und genau darauf kommt es ja an machen wir weiter vielen Dank wenn du in deinen Sitzungen bist wo zweifelst du dass das gehörte dass da was dran ist und wo bist du überzeugt machst du das in irgendwas fest kannst du das in irgendwas fest machen oder sitzt du danach manchmal bei so einer Sitzung dran denkst dir was ich jetzt gehört habe ist wirklich ich sag's mal Bullshit oder ist Käse das ist jetzt irgendwas was nicht daherkommt wo sonst herkommt kannst du das in irgendwas fest machen oder gibt es hat zwei Komponenten und genau genommen eigentlich drei die eine Komponente ist Logik also passt das wenn mir einer sagt die zwei Raubritter hauen mit ihren Schwertern aufeinander drauf und dann guckt einer auf seine Rolex und sagt ich glaube wir sollten mal einen Tee trinken dann stimmt an der Geschichte verschiedenes nicht weil Raubritter hatten keine Rolex und Tee gab es zu der Zeit auch keinen also da würde es bedeuten in dem Fall und das kann geschehen dass ich hier drei Geschehnisse ineinander schieben und dann sagt der Sitzungspartner vielleicht auch das wäre irgendwie komisch und dann sagt man okay was siehst du denn hier ist das vielleicht ein Bildergemisch dann sagt er ja ich glaube ich sehe hier da prügelen sich zwei mit Fäusten und der eine guckt auf die Rolex und dann habe ich hier irgendwas irgendwie in England Zweiter Weltkrieg da trinken sie auf einmal Tee im Schützengraben aber jetzt bin ich wieder bei meinen Raubrittern das heißt wenn sich solche Dinge anschleichen die nicht passen dann haben auch sie ihre Richtigkeit gehören aber woanders hin nur über Assoziation nämlich Kampf kommt der Schützengrabenkampf und die Prügelei die kommen dann halt da zusammen und dann gibt es ein Bildergemisch also hast du eine Logik die du die du zum Tragen bringst wenn irgendwas nicht ganz passend erscheint ja oder es sagt einer es klingelt ich renne runter auf die Straße und dann ziehe ich mir die Hosen an Moment mal hast du dir die Hosen angezogen bevor du auf die Straße gerannt bist oder nachdem du schon auf der Straße warst solche Fragen muss man unbedingt stellen das ist bei der Kripo ja auch so die gehen ja auch nach normalen Erwartungswerten vor man geht davon aus dass da einer auf die Straße rennt nachdem er die Hosen angezogen hat in umgekehrt sollte es andersrum sein muss es dafür eine Erklärung geben also diese nennen wir es mal kriminalpolizeiliche Verhörtechnik das ist ganz ganz wichtig beim Mindwalking was dazu kommt um die Sache ernst wirken also um die Sache ernst zu nehmen ist die emotionalen Wallungen und die körperlichen Schmerzen und Empfindungen die der Assistenzpartner wenn er dann sagt mir wird es auf einmal ganz kalt oder was ist denn hier mit der Temperatur ich fange ja an zu schwitzen dann sagt man okay kommt das Erfüll aus dem Geschehen ja ich glaube ich ich befriere da in einem Gletscher oder so und deswegen ist mir jetzt ganz kalt und so weiter also diese diese nicht fabrizierbaren Emotionen und speziell Somatiken die sprechen ja ihre eigene Sprache dann weiß man man liegt hier richtig abgesehen davon entdeckt der Sitzungspartner was und das ist ein Unterschied zum Vorstellen wenn ich mir was vorstelle dann stelle ich es vor mich hin ich stelle eine Kirschturmspinze vor mich und da stelle ich einen Elefanten davor oder da drauf wenn mir was einfällt dann dann geht was ist denn da ja das ist ein Schreck und dieses Entdecken ist ja eine ganz unverkennbare Reaktion die dritte Komponent ist der Mindwalker wenn einer was erzählt und ist dabei die ganze Zeit auf einer Hochspannung dann weiß man dass er entweder total vom Weg abgekommen ist oder dass das worum es wirklich geht noch nicht erzählt wurde und wenn er das erzählt worum es wirklich geht dann kriegst du deine Entladung auf dem Gerät und dann weißt du okay hier liegen wir richtig und die Emotionalität und die Entladung die gehen immer Hand in Hand darauf kannst du dich verlassen und mit den drei Parametern bekommst du dann durch deine Sitzung wie viel welche Rolle spielt denn Sympathie kommt mal jemand zu dir manchmal lernt man jemand kennen und denkt sich den mag ich nicht erster Eindruck Intuition klappt es manchmal auch nicht mit so einer Sitzung klappen tut es immer und Sympathie spielt ich würde mal sagen Sympathie spielt eine Rolle wenn sich einer seinen Sitzungsleiter aussucht den kann er sich auf der Webseite aussuchen und kann dann sagen okay der gefällt mir deswegen kommen Leute lesen Leute meine Bücher und sagen oh das möchte ich machen gucken sie auf die Webseite und gehen nicht zu mir sonst zu jemand anderen das ist der Sympathiefaktor wenn dann jemand da ist natürlich hat man nicht alle Leute lieb manche Leute mit manchen Leuten hat man eine rein wie soll ich sagen geschäftliche Beziehungen mit anderen entwickeln sich interessante Privatgespräche in den Pausen über diesen jenes das ist ganz unterschiedlich aber am Ende zählt halt die Professionalität wenn du zum Anwalt gehst oder zum Zahnarzt dann ist nicht entscheidend ob du den nett findest sondern ob der seinen Job ordentlich macht das merkt der Kunde ja sehr sehr schnell dass er hier bei jemandem ist der sein Handwerk versteht und dann ist alles in Ordnung und dann entsteht ja auch Sympathie logischerweise dadurch richtig also zumindest eine geschäftsbezogene Sympathie ich habe vorhin eingangs noch eine Frage die hatte ich vergessen zu stellen und zwar haben wir gesprochen über diese transpersonalen Phänomene und diese transpersonale Psychologie wenn wir von transpersonalen Phänomenen sprechen dann sprechen wir du hast gesagt von Hellfühligkeit Hellsichtigkeit glaube ich solche Dinge sind da dabei sind da auch was könnte da noch dabei sein Telepathie solche solche Dinge Naja transpersonal bedeutet vor dem eigenen Leben angehängtes Material von anderen Leuten sei es dass es dir angehext wird oder sei es dass du es auf der Straße aufgelesen hast und telepathische Verbindungen mit anderen Wesen mit Körper oder ohne Körper also zum Beispiel die Dame die Sitzung gab in Südafrika das wäre eine telepathische Verbindung das wäre meine Frage gewesen bei so einer Sitzung also diese diese Erinnerungen sind ja wie du sagst teilweise oder teilweise oder oft oder in den meisten Fällen telepathisch irgendwie angeheftet worden ja und kann es auch bei so einer Sitzung mal passieren dass dass so ein Phänomen einfach mal passiert dass du vielleicht auch auf dich was überschwappt sag ich mal dass du dass du irgendwie telepathisch irgendwas eingegeben bekommst Nein während der Sitzung geschieht es nicht aber es kann natürlich sonst geschehen wenn du mit Leuten zusammen bist dass irgendwie einer dir sein Leid klagt oder dass einer schräg drauf ist und du gehst nach Hause und merkst irgendwas ist und dann gehst da machst eine Solositzung und findest raus dass du dir von jemandem was mitgenommen hast das gibt es schon aber in der Sitzung selbst geschieht das nicht weil dazu bist du viel zu wach und aufmerksam und vielleicht ist dafür auch die Beziehung zwischen dir und der Person die du gar nicht weiter kennst auch nicht vielleicht nicht innig genug was dafür vielleicht notwendig wäre so kann man es nicht sehen darauf beruht es nicht es kann zum Beispiel sein dass die Traurigkeit eines Sitzungspartners bei der Erinnerung an einen Verlust so intensiv ist dass der Impuls mir die Tränen in die Augen greift aber ich bin nicht traurig es ist sozusagen ein Mitfühlen ohne davon gefangen zu sein das heißt die Intensität des Miteinanders ist schon sehr sehr hoch aber es bleibt nichts hängen weil du lernst bei diesen Dingen mitzugehen und sie durchzulassen statt sie festzuhören wichtig ist übrigens man schreibt dauernd mit und dieses Mitschreiben leitet das sozusagen aufs Papier ab und man ist immer offen fürs Nächste würde ich nicht mitschreiben sondern würde mir dem merken müssen was du gerade eben und vor fünf Minuten vor einer Stunde gesagt hast dann wäre irgendwann mal der Kanal voll und dann stünde die Gefahr dass an mir was hängen bleibt ja ich glaube übrigens auch um es mal kurz einzuwerfen dass schreiben eine ganz eigene Art ist Dinge aufzunehmen nochmal zu verinnerlichen als wenn du es nur hörst oder so also ich genau ich schreibe selbst ein bisschen zu kurz Geschichten und so und das ist eine ganz andere Art und Weise Dinge aufzunehmen und zu verinnerlichen und irgendwie man behält es ganz anders im Kopf als wenn man es machen würde und also das von dem du vorhin gesprochen hast ist also nicht gut wenn du sagst das treibt dir manchmal Tränen in die Augen solche Dinge wir reden hier nicht von Empathie oder Mitleid das ist schon was anderes ja du leidest mit du fühlst mit beides ist Empathie aber du bedauerst nicht du gehst nicht in eine Wertung rein es kann auch sein dass ein Sitzungspartner einen Schmerz hat und der Schmerz sich mir mitteilt im Körper an derselben Stelle es kann insbesondere bei Solo sein wenn du allein in deinem Zimmer sitzt und du hast nehmen wir mal das Beispiel dieser Dame in Südafrika mit ihrer mit ihrer Lungengeschichte dann geht man da rein und sieht quasi ihre Lunge von inwendig und sieht dass da irgendwelche schwarzen Bläschen drin sind oder sonst was und dass sie hustet und dann kriegt man selber einen Lungenschmerz in dem Moment das heißt man leitet das was auf der anderen Seite los ist durch sich selbst ab und wenn man und diese Art von Empathie ist die Voraussetzung dafür dass sich was entspannen kann würde man da blockieren dann gibt es kein Resultat sehr spannend sehr sehr spannend und das lernst du alles auf dem ersten Kurs die Voraussetzung dafür natürlich nicht die brillante Umsetzung das ist Übung aber der Kommunikationskurs der erste Kurs ist der gibt dir die Voraussetzung dass du überhaupt Sitzungen auf diese Weise geben kannst der Rest ist dann Übung aber man muss diese Kommunikationsform erlernen und gezeigt bekommen und sonst wird das nichts abschließend noch wie dieses Mindwalking hat sich ja seit du es hervorgebracht hast stetig verbessert nehme ich an wahrscheinlich hast du immer andere Herangehensweisen mit eingebracht und ja Technik alles hat sich ein bisschen verbessert und verfeinert ist es denn immer noch ein Prozess dass das besser wird oder was wäre für dich ein Wunsch was müsste gegeben sein um das Mindwalking noch besser und noch eindeutiger zu machen es hat sich nicht verbessert als ich das erste Buch schrieb Mindwalking im Jahr 2000 das blaue Buch was jetzt Mindwalking verkauft wird das ist aus 2007 eine Neuauflage das erste Buch war im Jahr 2000 da war das fertig ich habe also das erst aufgeschrieben als ich meinen Werkzeugkasten wirklich erprobt hatte die Verbesserungen und Verfeinerungen die liefen alle vorher und das dauerte auch seine zehn Jahre oder so bis ich ich meine ich habe einen Psychohintergrund und ich habe einen asiatischen Hintergrund und die beiden also von der Philosophie her und auch Yoga und Meditation und diese Aikido und so weiter diese Sachen die wurden alle miteinander verbastelt und das dauerte eine Weile und als es dann so weit war dass man mit dem dass ich das auch ein ganz bestimmtes Handwerkszeug reduzierte reduziert hatte dann schrieb ich das erste Mindwalking Buch im Jahr 2000 und ab da hat sich eigentlich handwerklich nichts geändert Du hast also um es dann dahin zu bringen wo es ist an dir gearbeitet das ist ja eine Arbeit an dir selbst wie du wie du die Erkenntnis die Eigenerkenntnis ist ganz ganz zentral das ist das ist richtig ich habe mit vielen Leuten gearbeitet die experimentell gesinnt waren ich habe mit vielen Kunden gearbeitet so gut ich eben auf dem damaligen Stand meiner Kenntnisse arbeiten konnte und habe dadurch gelernt aber die Eigensitzungen die man von anderen von Kollegen erhält oder die man solo macht die sind unbedingt nötig um das zu verifizieren sonst steht man ja draußen man kann ja den Sitzungspartner nicht beobachten wie ein Fisch im Aquarium man muss selber mal geschwommen haben um das zu kapieren was da los ist sehr interessant das Ganze wirklich sehr interessant und ich freue mich dass du dir nochmal die Zeit genommen hast ich denke hier machen wir für heute Schluss lass mich noch einen Satz sagen der schließt sich jetzt direkt an an deine letzten Worte was mich sehr beeindruckt hat beim Studium der asiatischen nennen wir es mal Erleuchtungswege oder Geistesschulungen war dass der Guru es kapiert haben musste dass er weiter sein musste als sein Schüler also der Guru ist ja einer das Wort Guru heißt übrigens ich glaube es heißt Nacht und Licht also der Guru führt einen aus der Nacht ins Licht und das heißt der Guru muss wissen wie sich es anfühlt wenn es gut ist und er muss also diesen Weg gegangen sein um dann jemanden anderen zu begleiten damit er auch den Weg geht und das gibt es in der westlichen Psychologie nicht es gibt es auch in der Medizin nicht nicht viele Ärzte sind gesund nicht viele Psychologen haben ein balanciertes ausgeglichenes Leben diese Arbeit an sich selbst dass man da quasi so gut es irgend möglich ist vorbildhaft wird das ist eine Sache die ich aus Indien also Buddhismus Hinduismus mitgenommen habe Glaubst du wir kommen irgendwann da hin? Wohin? zu dieser Offenheit zu diesen du sagst ja wir sind hier noch nicht so weit wir haben das ja ich bin mir sicher dass wir da hinkommen es gibt viele gute Ansätze zum Beispiel gibt es eine positive Psychologie die eben nicht das Kranke heilen will sondern die Leuten helfen will aus dem Leben was zu machen das ist natürlich jetzt auch wieder sehr westlich und nennen wir es mal effizient und erfolgsorientiert und happiness orientiert die Asiaten die haben es ja nicht so mit der happiness sondern mit der mit der was die Christen wiederum auch haben die mystische Einheit die Vereinigung mit Gott die Ekstase der Spiritualität das ist das worum es im Osten eigentlich geht aber zumindest haben wir im Westen so langsam die richtigen Ansätze denn man vergesse nicht wir haben seit 1970 große weltweite Meditationsbewegungen aus Indien importiert transzendentale Meditation buddhistische Meditation und so weiter und so weiter da haben wir so viele Leute dran mitgemacht und diejenigen die jetzt auf der Uni sind die können nicht mehr so stur und orthodox sein wie ihre Professoren also Max Planck sagte mal die Wissenschaft kommt dadurch voran dass die altgedienten aussterben ich meine das dauert das stimmt das ist richtig das war mein letzter Satz ich wollte nur sagen diese Vorbildfunktion eines führenden die hat mich beeindruckt und deswegen machen wir bei mein Folgendes so viele Eigensitzungen und Solositzungen um überhaupt den Sitzungspartner entsprechend führen zu können bleibt du bitte noch zwei Minuten bei mir für die Zuschauer und Zuhörer sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Sitzungspartner